Gut, da ist gerade die nächste Frage aufgetaucht. Die Regeneration ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Wir machen auch jetzt viel Sport, ich möchte das auch beibehalten. Welche Zyklen sind da einzuhalten für die Zukunft? Aber eine sehr spannende Frage und jeder will natürlich seine Antwort haben, wo genau zu ihm passt. Auch da ist es so, jeder Mensch verfügt über unterschiedliche Regenerationskapazitäten. Ausschlaggebend ist einmal, wie lange trainiert jemand schon? Wenn jemand schon öfters trainiert hat, der wird sich schneller regenerieren, wie jemand, der als Einsteiger ist. Somit als Einsteiger würde ich definitiv einen Tag Training, einen Tag Pause, einen Tag Training, einen Tag Pause und erst mal drei Trainingstage pro Woche nicht mehr. Offenbar ist es so gerade, dass der Anfänger natürlich sehr ehrgeizig ist und sagt, ich will aber vier, fünf Mal. Da bitte ich jeden, auf sein Biofeedback zu achten. Biofeedback auszulesen ist nicht einfach. Biofeedback heißt, zu beobachten, mache ich jetzt den Sport, weil es vom tiefsten Inneren vom Körper gewollt ist, weil ich einfach Power habe oder zwingt mich gerade meinen Kopf dazu zu machen, weil ich unbedingt ein Ergebnis haben möchte. Das Biofeedback ist folgendes. Wie ausgeruht bist du? Bist du voller Power und ausgeruht? Wenn du ja, voller Power ausgeruht bist, kannst du auch eine Trainingseinheit machen. Dann beim nächsten Mal überprüfen, bin ich voller Power, bin ich ausgeruht oder muss ich mich zum Training zwingen? Biofeedback heißt, wie sieht deine Müdigkeit aus? Bist du müde? Bist du ausgelaugt? Bist du konzentriert? Wenn du voller Power bist, voller Elan und voll konzentriert, dann bist du regeneriert. Ist es aber nicht der Fall, dann hast du erhöhtes Schlafbedürfnis. Du gehst zum Beispiel auslaufen, du musst dich zum Bewegen zwingen. Da ist deine Regenerationszeit zu kurz und dann ist es auch wichtig, obwohl dein Coach zu dir gesagt hat, einen Tag Training, einen Tag Pause, können es auch mal zwei Tage Pause sein. Du kannst auch mal anfangen zu trainieren, weil sich oftmals auch vorm Training zu sagen, bin ich jetzt fit oder bin ich nicht fit, klappt nicht, sondern du fängst an, trainierst und dann merkst du so nach zehn Minuten, ich habe gar keine Power. Was macht man am besten? Abbrechen. Und das Training auf einen anderen Tag verschieben. Du kannst auch mal sein, dass du mal tatsächlich ins Training gehst und total keine Lust hast. Du fängst zu trainieren und auf einmal hast du Power. Deswegen ist oft auch die Entscheidung während dem Training. Viele sagen halt, jetzt habe ich schon angefangen zu trainieren, jetzt mache ich natürlich auch weiter. Da ist einfach intelligenter auf den Körper zu hören. Das ist die Herausforderung, meines Erachtens nach, ist das die größte Herausforderung, auf seinen Körper zu hören. Und dieses Gefühl haben viele Menschen verlernt. Kann man aber auch vom Anfang an nicht verlangen. Der fängt sich erst an, mit seinem Körper zu beschäftigen. Sportler, Hochleistungssportler, die wissen ganz genau, wann sie eine Pause brauchen. Wenn sie keine Pause brauchen, also wenn sie keine Pause denken, sie brauchen, was passiert. Sie haben einen Coach, der guckt die Leistungen an und merkt, Hochleistungssportler haben jeden Tag einen Coach nebendran. Die gucken die Zeiten an, beim Sprinten, beim Hochsprung, beim Weitwerfen und stellen fest, mehrere Tage hintereinander Leistungsverlust. Also, was machen wir mit dem? Der kriegt jetzt eine Pause vor, aber der hat seinen Coach direkt an der Hand. Ihr seid irgendwann, und das ist ja das, was man durch die Bootcamps natürlich auch machen möchte, euch beibringen, selbst mitzudenken und zu entscheiden, wann ihr was machen sollt. Deswegen so ein Bootcamp. Auch bei den Übungen. Euch die Übung beibringt, dass ihr auch selbst entscheiden könnt, heute mache ich die Übung. Da kann man eigentlich im einen Bootcamp, kann ich euch nicht, ein Personal Trainer Wissen von 30 Jahren vermitteln, das geht nicht. Aber es sollte so sein, dass ihr durch so ein Bootcamp selbstständiger werdet. Wissen, welche Übung mache ich jetzt? Was kann ich anwenden? Welche Übung ist gut für mich? Für was ist die Übung überhaupt? In welchem Zeitfeld soll ich trainieren? Eindeutige Entscheidungen zu treffen. Ansonsten rennt man immer rum mit so einem Halbbissen. Da hat man das gehört, da hat das erzählt, da hat das erzählt. Und dann hat man drei Antworten und weiß letztendlich nicht, für was man sich entscheiden soll. Und diese Nichtentscheidung im Kopf führt dazu, zu Unsicherheit. Und die Unsicherheit führt dazu, dass man Fehler macht. Und das ist bei den meisten tatsächlich so. Ich hätte gerne ein Sixpack und gleichzeitig würde ich aufbauen. Das geht, ja, es gibt natürlich Leute, die es geht. Bei denen geht es tatsächlich. Aber in einem ganz anderen Zeitfeld, dieses Sixpack, was ihr da seht, das ist über Jahre entstanden. Und nicht in acht Wochen, nicht in zehn, nicht in zwölf Wochen. So in den Testimonials, ich mach dich krass.de, da drin jetzt seit 25 Jahren. Und verkauft ein Programm für acht Wochen. Und jeder denkt im Kopf, wenn das Programm von ihm ist, dann sehe ich nach acht Wochen auch so ähnlich aus wie er. Das ist ja ein Resultat von 20 Jahren Bewegung, nicht von acht Wochen. Frage beantwortet. Bio-Feedback, auf dich achten. Ein Bio-Feedback ist aber nicht nur, dass eine Erschöpfung oder eine Regeneration nur durch Training gesteuert, durch Ernährung. Ein ganz wichtiger Faktor ist Stressfaktor. Im Privaten und im Geschäft. Ihr kennt es selber. Manchmal hat man den ganzen Tag, also gar keine körperliche Belastung, aber man ist abends völlig ausgelaugt. Völlig leer. Und was war dann an dem Tag? Es waren viele Entscheidungen zu treffen. Es war viel Kopfstress. Und da kann es auch mal sein, dass man besser sagt, obwohl ich körperlich jetzt keine Belastung gehabt habe, bleibe ich lieber mal zu Hause. Also andersrum können wir auch wieder drehen. Ja, aber wenn ich so einen Stress gehabt habe, kann ich einen Stresshormonspiegel abbauen, indem ich mich bewege. Und da ist auch wieder jeder für sich zu entscheiden. Ich habe manchmal auch eine Phase, wo ich so viel Stress gehabt habe, ich könnte heute zu Hause die Füße hochlegen. Sag aber auch, weißt du was, dieses Bewegen tut dir aber auch gut, dass du den Kopf wieder freikriegst. Auch hier, es muss irgendwann jeder sein eigener Trainer werden. Du kannst von deinem Coach nur Informationen fordern und dann kannst du immer selber mit den Informationen arbeiten und dich reinfragen und dann Entscheidungen treffen. Von Anfänger kann man es nicht verlangen, aber nach einer gewissen Zeit, wenn du ein, zwei Jahre trainierst und regelmäßig trainiert hast, dann sollte man auch ein Gefühl entwickeln für seinen Körper. Wann braucht er was? Okay, danke. Sehr gerne. Ich hätte noch eine Frage. Ja, gerne. Du hast lange Arme. Ja, genau. Ich muss aufstehen und du nicht. Ich weiß warum. Für mich stellt sich jetzt noch die nächste Frage, was empfiehlst du für Trainingszeiten? Also, wenn man natürlich arbeitstätig ist, fängt man entweder morgens ganz früh an oder abends ganz spät. Ja, hört man auf abends ganz spät. Genau, man hört auf. Fangen früh an, hören abends spät an. Das passiert manchmal auch, aber es gibt dann eben Leute, die sagen, okay, ich stehe dann lieber noch mal zwei Stunden früher auf, mache dann noch meinen Sport. Oder es gibt auch noch Leute, die sagen, die kommen heim und die fangen dann erst abends spät an noch mit dem Sport. Was hältst du für richtig und was wäre so der wichtige Weg? Das ist auch immer eine ganz spannende Frage. Wird ganz, ganz oft gestellt. Wann ist die optimale Trainingszeit? Da habe ich eine optimale Antwort dafür. Wenn man Millionär ist, den ganzen Tag nichts zu schaffen hat, dann am besten nachmittags um 15.32. Da ist die biorhythmische Hochphase. Das heißt, es gibt letztendlich nicht diese pauschale Aussage, du musst dann, dann machen. Weil ich muss immer umdrehen und sagen, wann passt es bei dir am besten rein. So, und morgen, also ich würde tunlichst, als jemand, der eh schon extrem viel arbeitet und dann noch morgens um vier aufstehen, damit er um fünf Uhr trainieren kann. Wer das kann, Hut ab, Respekt. Wenn du eine flexible Arbeitszeit hast und du kannst dir das einplanen, was sich davon ausgeht, dass du das machen kannst, dann geh her und nimm dir diese drei Tage unter der Woche oder einen am Wochenende, zwei unter der Woche, einen am Wochenende und dann gehst du her und sagst, okay, montags und mittwochs haben wir von, mache ich von halb sieben bis halb acht mein Training. Habe ich es weg. Weil ich bei dir vermute, dass du, wenn du abends heimkommst, beziehungsweise, dass du nie genau weißt, wann du heimkommst, dass es bei dir oftmals so ein bisschen sich verschieben kann, dass es eine halbe Stunde später wird, dreiviertel Stunde später wird, dass du nicht eindeutig fixieren kannst, ich habe jetzt Feierabend. Zwischen sieben und acht. Zwischen sieben und acht, das ist schon, bis du dann zu Hause bist, ist es halb neun. Nee, nee, also zwischen sieben und acht. Kommst du nach Hause. Und wann musst du morgens unbedingt im Geschäft sein? Zwischen sieben und acht. Dann würde ich es morgens machen. Dann würde ich mir die Zeit morgens zumindest zweimal, weil dann hast du eins getan. Du hast einen Haken dran. Du hast es gemacht, du musst den ganzen Tag nicht mehr darüber nachdenken, dass du noch trainieren musst. Und wie oft kommt es dann doch mal abends, dass du erstmal erschöpft bist abends, super erschöpft, weil der Tag sehr anstrengend war. Dann kommst du nach Hause, dann mach ich es, mach ich es nicht. Dann kommt schon die Entscheidung, mach ich, mach ich nicht. Dann hast du es weg. Du hast es gemacht, du hast einen Haken dran und du hast schon die erste Einzahl auf dein Konto gemacht, auf dein Gesundheitskonto. Das ist ein Erfolg auch, wenn man morgen schon sagt, jetzt habe ich was für mich gemacht. Und du könntest jetzt zum Beispiel einmal deine Träger aufs Wochenende legen, weil du am Wochenende einfach nicht dieses enge Zeitfenster hast. Es würde auch gehen, in deinem Fall auch zweimal in der Woche, Samstag, Sonntag, würde auch gehen, nur einmal in der Woche. Selbst wenn dann, von einem auf den anderen Tag, die Regeneration nicht ganz gegeben ist. Es wird auch immer davon gesprochen, ja, du darfst nur nicht zu viel trainieren. Ich glaube nicht, dass jemand tot umfällt. Wenn er zwar miteinander dreht, warum nicht? Wenn ihr jetzt mal Bauarbeiter anguckt, was machen denn die? Die würden ja auch tot umfallen, die dürften den nächsten Tag ins Geschäft gehen, bei der Mechanisch belachst du mal sind. Die haben sich schon dran gewöhnt. Also als Anfänger ist es vielleicht schwierig, als Anfänger könnte auch die Leistung minimiert sein. Aber bevor ich gar nicht trainiere, würde ich auch die Option vorziehen, zwei Tage ineinander zu trainieren.